Was up Freunde des Internets, hier ist der Blake. Herzlich Willkommen zu Don't Wag Your Boss mit Super Power. Geil. Das wird bestimmt mega gut. Ich freue mich schon riesig. Heute ist mal wieder der perfekte Tag, um dieses Spiel zu spielen. Ich saß heute zwei Stunden im Bürgerbüro und hatte mal wieder diesen tollen Zettel in der Hand, hab diesen Fernseher angeguckt und hab gewartet. Und dann kommen da immer wieder diese Leute rein und sagen so Na, wir haben nen Termin. Von zu Hause an gebildet. Und dann sitze ich da und sage, ja, schön. Toll. Naja, hätte ich vielleicht mal selber machen sollen. Naja, was soll's. Wir lassen jetzt ein bisschen Druck ab und zwar bei Don't Wag Your Boss with Super Powers. Starrr. Blabu, blablabla, blabu. Wir sind mal wieder die bösen Menschen, die wieder alles falsch machen. Und dementsprechend gibt es jetzt einen auf die Fresse. Zum Beispiel mit dem Cape. Ich spiele mal, das ist Superman. Superman! Oh Mann, haben wir uns direkt einfach eins der Besten ausgesucht, denke ich. Nope. Und zurück zur Erde. Oh mein Gott. Ist er jetzt schon tot? Alter. Und tschüss. Nächster. So. Was haben wir denn hier noch? Ah, diese kumpelte Brille. Tut mir leid, falls ich eins bei der Referenz nicht verstehen sollte, weil... Wenn ich zum Beispiel nicht... ...sich so vom Kopf zu erschrecken. Alter, wofür? Da ist eine Tür. Da war eine Tür. Wo, wofür? Naja. Wir lassen uns mal dabei. Weiter geht's. Oh, hier die Spider-Man-Hand. Das ist bestimmt auch sehr geil. Oh, hier die Tür. In deine Türse. Da sauf ich es. Ja, du sollst es auch. Oh, geil. Weiter. Was haben wir denn hier als nächstes? Was ist das? Oh, das ist... Ich habe erst gedacht, es wäre so ein Unschackgut, aber es ist der Hammer. Warte mal von weg. Ich gehe mal schwer davon, als es ein Tor ist. Oh, ha, ha, ha. Oh, schau. Oh, wie übel. Das Slow-Mo. Irgendwie müssen wir hier... Oh, was ist das? Irgendwie müssen wir hier auch den Wolverine haben, der sei, wie wir jetzt immer wieder gut gesehen haben. Da haben wir schon ganz viele Sachen. Ah, da, gebrücken. Damit das gleich nicht immer spoilert. Oh, Wolverine. Schlitz, schlitz, Beach. Oh, wow. Oh. 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 Richtig auseinandergehäckselt. Was meint ihr? Auf was für einen Moment spielt man keine Schmerzen mehr in diesem Fall? Ich glaube, es sind einfach nur Schmerzen, in der Welt zu sein. Weiter. Hier, da ist dieser komische Wirkung. Hm? Mal gucken. Oh, leil, ihr Oldspark von Transformers. Und jetzt? LOL! Oh mein Gott! Ist das wieder übel, brutal. Juhi. Und tschüss. Was ist das? Das sieht so unscheinbar aus. Hm? Damn! Oh, leil. Jetzt ist es rumfliegen. Und jetzt? Ja! Ah! Oh. Das ist gut. Man kann sich auch eine neue Tür machen, wenn man es so will. Ja. Gut. Oh nein, ist es das, wofür ich es halte? Hm? How dare you! GOKU! 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 Einmal um die Welt! Und tschüss! Hahaha! Geil! So, fünf bleiben wir uns noch! Oh, die... Haltende! GOKU! 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 So, jetzt wird's wahrscheinlich mit dem herausgelegten Timer Shrink! Das ist schiebendig aus der Leinze-Happen aus der Schuh! Ist das eine Batman-Referenz? Ah, hier die Maske! Moment, der Kopf sieht doch schwer aus wie aus Mortal Kombat! GOKU! GOKU! Ahhhhh! B****! B****! Okay, next! GOKU! Wie, war das noch mit dem? Oh, was ist das? Ah, das sieht doch aus wie Naruto! GOKU! Wie, wofür sie denn sich! GOMOLOLO! Hallo! Oh man! Chicago Boxen hätte die Beste! Oh man, gelippt! Aber geil, geil! Ich fände mir sehr gut für das Spiel! Spongebot, Leute! Spongebot, Leute! Oh, was haben wir hier? Oh Leute! Oh Leute! Oh Leute! Wisst ihr, wir rufen? Ich geh schwer von uns aus! Also ich geh davon aus, dass Godzilla ist! Oh! Hello! Oh Leute! Das ist Godzilla! Wie geil! Oh nein, jetzt frisst er uns! Oh nein, wir raken auf seinem Kopf! Geil! Geil! So, suchen wir das letzte! Ah! Ich hab's endlich gefunden! Mein Gott, das hat aber auch wieder gedauert! Was ist denn das? Oh, Lichtschwert! Das hat eigentlich nicht viel mit Superhelden zu tun! Aber es ist auf jeden Fall geil! Oh Leute! Oh! 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 Und da haben wir nochmal den Wolverine! So! So, Freunde des Internets! Und das war Don't Wack Your Boss with Superpowers! Mega geiles Spiel! Mega geiles Spiel! Hat mir mega gut gefallen! Mega, 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 mega! Ja! Ich hab gedacht, vielleicht darf ich's jetzt noch ein paar Mal! Vielleicht bin ich dann glaubwürdiger! Auf jeden Fall! Ich hoffe, es hat euch auch gefallen! Falls ihr es selber nochmal spielen wollt! Ich pack's unten in die Geschreiung! Falls ihr mehr Wack Your Games wollt! Wir haben noch, glaube ich, Mac Your Neighbor! Und Teacher! Haben wir noch offen! Und Wack Your Computer! Da haben wir noch einiges offen! Wenn wir noch mehr von den Wack Your Videos sehen wollt! Dann schreibt's mir in die Kommentare! Lasst ein Like da! Und... Ja! Ich bedanke mich! Wir sehen uns beim nächsten Mal! See ya! Jusik! Jusik! Wouch! Euch! Jusik! Jetzt... Jusik! Uh-oh! A-oh! Hu-oh! Fuck. Fuck.